hallo und herzlich willkommen zum weiteren video von interneterdinger.blog heute zeige ich euch den eve smoke rauchmelder mit homekit dafür habe ich heute mal ein test spray besorgt und nun wollen wir mal testen ob das auch soweit klappt das wird jetzt ein kleiner augeblick dauern in der eve app gibt es aber auch noch einen alarm test müssen wir mit test alarm starten so